Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen und Roboter, heute zum Thema Elektrophysiologie. In diesem Video will ich erklären, wie das Membranpotential mit Hilfe der Nährungsgleichung berechnet werden kann. Im letzten Video habe ich erklärt, wie das Ruhemembranpotential von Zellen zustande kommt. In diesem Video soll nun gezeigt werden, wie man dieses Potential unter Verwendung der Nährungsgleichung berechnen kann und was es dabei zu beachten gilt. Ganz allgemein beschreibt die Nährungsgleichung den Zusammenhang zwischen der elektrischen Größe Spannung und der chemischen Größe Konzentration. Sie ist damit von zentraler Bedeutung für die Elektrochemie, die Galvanik und die Elektroanalytik. Daneben ist sie aber auch in der Elektrophysiologie bzw. der Biologie wichtig, da darüber das Ruhemembranpotential von Zellen berechnet werden kann. Und genau darauf wird sich dieses Video fokussieren. Hier sieht man nun die Formel, wie sie in der Elektrophysiologie verwendet wird. Dabei ist R die allgemeine Gaskonstante, T ist die absolute Temperatur in Kelvin, F ist die Faraday-Konstante, Z ist die Wertigkeit des Ions, z.B. 1 bei Chloridionen oder 2 bei Calciumionen und Ia bzw. Ii ist die Konzentration des untersuchten Ions im Extra- bzw. Intrazellularraum. Die Formel kann deutlich vereinfacht werden, wenn man alle Konstanten zusammenfasst und außerdem den natürlichen Logarithmus in den dekadischen Logarithmus umwandelt. Ferner setzt man voraus, dass die elektrochemischen Vorgänge bei Raumtemperatur ablaufen. Dadurch kann man für die Temperatur 25 Grad Celsius bzw. 298 Kelvin einsetzen. Die vereinfachte Formel hängt dann nur noch von der Ionenkonzentration auf beiden Seiten der Membran und von der Wertigkeit des betrachteten Ions ab. So wie die Formel hier gezeigt wird, gilt sie jedoch nur für Kationen. Betrachtet man Anionen, dann muss man ein Minus vor die Wertigkeit bzw. den gesamten Term setzen. In Lehrbüchern der Physiologie wird die Formel meist noch weiter vereinfacht, indem nur einwertige Ionen betrachtet werden. Damit ist Z gleich 1, wodurch man es aus der Gleichung entfernen kann. Das ist insofern vertretbar, weil sowohl das Ruhe-Membran-Potential als auch das Aktionspotential praktisch nur von einwertigen Ionen bestimmt wird. Eine Ausnahme bilden Herzmuskelzellen, bei denen auch Calcium-Ionen beim Aktionspotential eine Rolle spielen. Auch bei dieser vereinfachten Form der Nährungsgleichung muss man daran denken, bei der Betrachtung von Anionen ein Minus vor den Term zu schreiben. Ansonsten ist zwar der berechnete Betrag des Membran-Potentials richtig, die Polarität ist jedoch verkehrt herum. An dieser Formel kann man gut ablesen, dass das Potential vom Betrag her immer größer wird, je höher der Konzentrationsunterschied des betrachteten Ions zwischen Intra- und Extrazellularraum ist. Selbst wenn die Konzentrationen auf beiden Seiten sehr hoch sind, wäre die Potentialdifferenz 0, wenn die Konzentrationen gleich groß wären. Wichtig ist also nur der Konzentrationsunterschied und nicht die absoluten Konzentrationen. Als nächstes soll beispielhaft das Ruhe-Membran-Potential bei physiologischer Ionenverteilung berechnet werden. Wie wir im letzten Video gesehen haben, wird dieses Potential überwiegend durch Calium-Ionen bestimmt. Dabei liegt die intrazelluläre Calium-Ionen-Konzentration bei 120 Millimol pro Liter und die extrazelluläre Konzentration bei 4 Millimol pro Liter. Setzt man diese Werte in die Formel ein, dann erhält man als Ergebnis etwa minus 91 Millivolt, was dem Nernspotential von Calium entspricht. Im letzten Teil des Videos will ich kurz darüber sprechen, was beachtet werden muss, wenn man die Nernsgleichung anwendet. Der erste und wichtigste Punkt ist, dass die Nernsgleichung nur dann verwendet werden darf, wenn die Zellmembran genau eine einzige Ionenleitfähigkeit besitzt. Eine solche Zelle gibt es aber faktisch nicht. Andere Kanäle als Calium-Kanäle sind unter Ruhebedingungen zwar weitgehend geschlossen, aber eben nicht vollständig. Damit tragen sie, wenn auch nur in geringem Maße, zum Ruhemembranpotential bei. Das trifft vor allem für Chloridkanäle zu. Man sieht das auch daran, dass es viele Zellen gibt, deren Membranpotential vom Betrag her kleiner ist als minus 91 Millivolt. Bei Neuronen beispielsweise liegt das Potential im Schnitt bei minus 70 Millivolt. Diese Abweichungen vom Nernspotential von Calium kann nur durch andere Leitfähigkeiten erklärt werden. Dieser erste Punkt macht die Nernsgleichung scheinbar nutzlos oder beschränkt deren Anwendung nur auf ein paar wenige artifizielle Versuchsbedingungen. Allerdings gibt es ein paar Techniken bei der Patch-Clamp-Methode, die es erlauben, dieses Problem zumindest partiell zu umgehen. Darauf werde ich aber erst in kommenden Videos dieser Reihe eingehen. Will man das Ruhemembranpotential von Zellen mit mehreren koexistierenden Leitfähigkeiten berechnen, muss dafür die Goldman-Hodgkin-Katz-Gleichung verwendet werden. Diese werde ich direkt im nächsten Video vorstellen. Dann zu Punkt 2 der Liste. Dieser besagt, dass die Durchlässigkeit der Membran für die betrachteten Ionen keine Rolle spielt, solange sie größer als Null ist. Sie beeinflusst nur die Kinetik der Gleichgewichtseinstellung. Was bedeutet das nun? Einfach ausgedrückt macht es keinen Unterschied, ob eine Zelle einen einzigen Kalionkanal oder 1000 Kalionkanäle besitzt. Es wird sich bei physiologischer Ionenverteilung immer ein Potential von minus 91 Millivolt einstellen. Der Unterschied liegt aber darin, dass es bei nur einem Kanal sehr viel länger dauert, bis sich dieses Potential eingependelt hat. Tatsächlich ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass das Membranpotential von der Anzahl der Kalionkanäle abhängig ist. Und zwar in dem Sinne, dass das Potential vom Betrag her umso größer ist, je mehr Kanäle in der Membran sind. Das ist aber falsch. Das Nernspotential für Kalium kann aber auch schon mit nur wenigen aktiven Kanälen erreicht werden. Das sollte nach den nächsten Videos klarer werden, wenn ich den Begriff der fraktionellen Leitfähigkeit einführen werde. Dann zu Punkt 3 der Liste. Bei der Einstellung des Ruhe-Membran-Potentials fließen nur wenige Ionen über die Zellmembran. Das heißt, die effektiven Ionenkonzentrationen auf beiden Seiten der Membran ändern sich dabei praktisch nicht. Dies steht in direkten Zusammenhang mit einem weiteren, verbreiteten Irrglauben, nämlich dass Ionenkanäle die Zelle mit den entsprechenden Ionen fluten. Das ist aber nicht der Fall. Experimente an isolierten Neuronen haben gezeigt, dass bei fehlender Natrium-Kalium-ATP-Ase-Aktivität mehrere hundert Aktionspotentiale über das Axon laufen können, bevor sich die intrazelluläre Konzentration an Natrium und Kalium nennenswert ändern würde. Die wenigen Ionen, die in die Zelle einströmen, kleben sich sozusagen sofort an die Zellmembran, da sie von den Gegenionen der anderen Seite angezogen werden. Die Konzentrationsänderungen finden also nur sehr örtlich begrenzt um die Zellmembran herum statt. Das ist wichtig zu verstehen. Der vierte und letzte Punkt besagt, dass das Gleichgewichtspotential zu seiner Erhaltung keine Energiezufuhr benötigt, weil kein Stromfluss stattfindet. Nur bei der initialen Einstellung des Potentials fließt kurzzeitig ein Strom über die Membran, welchen man in Patch-Clamp-Experimenten sehr gut als kapazitive Artefakte erkennen kann. Ist das Potential jedoch erreicht, bewegen sich netto keine Ladungen mehr über die Membran. Vergleichbar ist das mit einer Batterie im Leerlauf, also wenn kein Verbraucher angeschlossen ist. Diese besitzt zwar eine Potentialdifferenz zwischen Plus- und Minuspol, aber es fließt kein Strom, da die beiden Pole nicht verbunden sind. Bei einer idealen Batterie kann dieser Zustand unendlich lange andauern, ohne dass ein Laden der Batterie, also eine Energiezufuhr, nötig wäre. Allerdings besitzt jede reale Batterie eine kleine und ungewollte Selbstentladung, weshalb man Akkus wieder aufladen muss, wenn sie länger gelagert wurden. Diese Selbstentladung würde in der Elektrophysiologie Leckströmen entsprechen. Zum einen können Ionen, wenn auch mengenmäßig sehr gering, direkt die Zellmembran überwinden. Zum anderen sind Kanäle nicht hundertprozentig spezifisch, das heißt, dass manchmal auch fremde Ionen einen Kanal passieren können. Die Natrium-Kalium-ATBase arbeitet diesen Leckströmen durch ihre kontinuierliche Aktivität entgegen. Damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir bitte einen Daumen hoch oder Sie abonnieren meinen Kanal. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.